hallo und willkommen auf unserem youtube kanal in diesem video soll es um eine einfache möglichkeit gehen alexa ins wohnmobil zu bringen ohne router ohne echo dot geräte dachten wir muss das doch irgendwie möglich sein dann bin ich über echo auto gefallen und habe überlegt über das gerät muss es doch möglich sein das gerät echo auto verlinke ich euch unten in der video beschreibung im weiteren verlauf zeige ich die anschlussmöglichkeiten ich führe ein paar funktionen vor erkläre die handhabung und zeige auch wie das gerät eingerichtet wird aber kommen wir erstmal zur vorführung des gerätes in diesem fall kann ich die halterung einmal schon mal wegnehmen denn die brauchen wir nicht wir wollen das gerät nicht fürs autofahren benutzen sondern für den täglichen gebrauch im wohnmobil in unserem fall verwenden wir das gerät echo auto einfach mit der verbindung zu meinem handy über die alexa app und die tonausgabe erfolgt in der regel über das handy und wenn wir musik streamen und ein bisschen besseren klang haben wollen dann helfen wir uns gerne mit unserem gbl bluetooth laut sprecher in unserem fall geht es jetzt nicht darum das gerät echo auto mit dem autoradio zu koppeln was glaube ich der ursprüngliche sinn dieses gerätes ist sondern wir möchten einfach nur alexa im wohnmobil haben und wollen kein router installieren und kein großes echo dot gerät im wohnmobil haben und es einfach so verwenden wir verwenden die alexa recht umfangreich auch zu hause heizkörper steuern lichter steuern musik hören und aber auch die einkaufs liste den kalender erinnerungen die stoppuhr und dies ermöglicht das kleine gerät echo auto sehr gut dieses führe ich gleich im weiteren verlauf genauer vor leider kann ich die musikwiedergabe hier jetzt nicht starten in dem video da ich die musik nicht abspielen darf und auch hörbücher werde ich nicht vorführen aber all das geht einwandfrei und ganz toll über die steuerung mit dem echo auto man benötigt dafür kein 230 volt anschluss man benötigt keinen router und man benötigt auch kein echo dot nun habe ich die geräte einmal verbunden und will einmal die verwendung vorführen alexa wie spät es ist 14 uhr 16 alexa wie wird das wetter heute die temperatur momentan 10 grad celsius bei klarem himmel und sonne heute ist mit teilweise sonnigem wetter sowie einer höchsttemperatur von 10 grad und einer tiefstemperatur von drei grad zu rechnen alexa füge milch der einkaufsliste hinzu ich habe mich auf deine einkaufsliste gesetzt alexa stelle ein timer fünf minuten fünf minuten ab jetzt alexa stoppe den timer fünf minuten timer wurde abgebrochen alexa wann ist dieses jahr pfingsten in schleswig holstein ist pfingst sonntag am sonntag dem 5 juni 2022 und so können wir per sprachsteuerung unsere musik abhören hörbücher hören und alles wozu wir die alexa so gebrauchen natürlich kann ich hierüber auch nachrichten hören und alle radiosender abspielen die mir gefallen dann gibt es natürlich auch noch ein paar andere funktionen so kann ich jetzt zum beispiel auch über die sprachsteuerung zu hause im schlafzimmer die heizung einstellen alexa schlafen auf 20 grad thermostat ist auf 20 grad gestellt ob das nun sinnvoll ist und ob man das braucht ich verwende es nicht aber ich könnte jetzt zu hause alle geräte steuern die über die alexa verbunden sind nun möchte ich noch im weiteren verlauf die in betriebnahme zeigen und wie ich die eco auto mit der alexa app verbinde jetzt möchte ich einmal die montage zeigen ich habe hier den usb stecker den stecke ich hier in die 12 volt steckdose und hier rechts in der ecke im bild sieht man eine lampe hier habe ich ein magneten den magneten setze ich hier an der lampe an und so kann ich dann das gerät einfach hier magnetisch anbringen so haben wir das gerät bei uns im schlafraum hinten dann befestigt und die alexa auto hört uns auch wenn wir vorne in der dinette sitzen und das funktioniert so eigentlich ganz gut so jetzt will ich einmal zeigen wie man eco auto einrichtet das ist ganz einfach man öffnet die alexa app und klickt dann hier unten in der leiste auf geräte dann schließe ich jetzt gleich die alexa einmal im wohnmobil an einen usb port an dann hörten wir schon ein tonsignal jetzt ist das eco auto gerät aktiv und an dem gerät läuft das blaue lichtband und das gerät sucht jetzt also nach einer verknüpfung nun drücke ich oben rechts in der ecke das plus symbol und hier habe ich mehrere auswahlmöglichkeiten ich nehme den ersten punkt gerät hinzufügen jetzt muss ich noch auswählen um was für ein gerät es sich handelt scrollen wir runter und jetzt ist hier auto zubehör in der mitte des bildschirms zu sehen da klicke ich einmal drauf dann kommt eine warnung dass man das nicht während der fahrt machen soll das trifft für mich jetzt in diesem fall nicht zu dann klicke ich unten rechts in der ecke auf den button weiter jetzt wird nach geräten gesucht und jetzt erscheint eco auto 02 gl das gerät wähle ich aus und jetzt muss ich nur noch ganz unten den button aktivieren klicken ich hörte ein kleines tonsignal jetzt können wir hier unten auf den button weiter klicken jetzt wird gefragt ob sich das auto ihre mobiltelefon oder bluetooth verbinden kann da mache ich jetzt nein denn wir haben ein autoradio mit android auto mit stimmerkennung und so weiter daher nutzen wir das gerät eco auto nicht beim fahren was natürlich auch möglich wäre aber darum geht es in diesem fall nicht also klicken wir in unserem fall jetzt hier den button nein unten links man kann das autoradio auch mit einem aux kabel verbinden auch dies möchte ich in meinem fall nicht und habe einfach unten in ecke weiter geklickt klicke wieder auf weiter nochmal wieder unten weiter und auch den punkt kann ich ja überspringen unten wieder weiter klicken und auch in diesem fall wieder unten einfach auf weiter klicken hier geht es jetzt noch um standorte die man festlegen kann das mache ich jetzt auch nicht da klicke ich einfach auf später hier sind jetzt die person aufgeführt die gelistet sind da wir alexa auch zu hause benutzen ist das alles schon eingestellt und hinterlegt da klicke ich jetzt einfach ganz unten auf das sind alle wer jetzt zu hause keine alexa hat und nur dieses gerät benutzt kann hier dann natürlich seine profile anlegen wir klicken in unserem fall das sind alle so fertig alexa ist bereit ihre familie zu unterstützen ich klicke unten auf fertig hier könnte man den automodus jetzt ausprobieren auch das möchte ich nicht also klicke ich auf nicht jetzt jetzt kommt noch eine warnmeldung da geht es einfach darum und die fahrsicherheit beim autofahren brauchen wir alles nicht wir wollen es nicht beim fahren benutzen jetzt klicken wir hier unten einfach noch auf ich bin passagier und die einrichtung ist abgeschlossen dann gucken wir einmal in die geräteliste ich habe unten den button geräte ausgewählt klicke oben links in der ecke auf eco und alexa und jetzt hier in der mitte des bildschirms ist das gerät eco auto 02 gl jetzt kann ich hier das gerät noch anklicken und hier sind dann die daten ich kann die verbindung trennen das brauche ich alles nicht und damit ist die einrichtung abgeschlossen und nun da das gerät einmal gekoppelt ist brauche ich es bei der nächsten verwendung einfach nur an den strom anzuschließen das gerät verbindet sich automatisch mit der app ich muss es nicht erneut einrichten das kann man sich alles dann ersparen ja das war es dann auch schon und ich hoffe es hat euch gefallen ich wünsche euch alles gute und erst mal ciao ciao